So und damit herzlich willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Gogi und heute starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 17 Karrieremodus mit Eintracht Braunschweig. Und ja, wie ihr im Hintergrund schon seht, heute geht's nach Sevilla, nach Spanien, zum dritten Euroleague-Spiel in dieser Saison und damit auch zum letzten Hinrundenspiel in der Gruppenphase in der Euroleague. Und das ist ja, ja wie man weiß, schon ein relativ wegweisendes Spiel, denn wir sind aktuell Gruppenerster, punktgleich mit Alkma, aber aufgrund eben des Torverhältnisses stehen wir da auf Platz 1. Ja und heute können wir da vielleicht den Vorsprung sogar noch ausbauen und ja, den Grundstein fürs Weiterkommen legen gegen Sevilla, die so ein bisschen die negative Überraschungsmannschaft für mich in dieser Gruppe ist. Die haben nämlich noch kein Spiel irgendwie punkten können, in keinem Spiel punkten können, haben alle Spiele verloren gegen Alkma und gegen Aberdeen. Also gegen zwei Mannschaften, die vielleicht nicht so auf dem höchsten europäischen Niveau sind, sag ich mal. Wir konnten da schon mit unseren vier Punkten ein bisschen besser rauskommen, wir hätten eigentlich auch bei sechs Punkten stehen müssen, weil das Spiel in Alkma, das hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Wenn man ganz ehrlich ist, da gegen Alkma, hätten wir da eigentlich gewinnen müssen. So, ich bin jetzt nur gerade am überlegen, wie wir anfangen, aber ich würde fast sagen, dass wir mit Davy Selke vorne drin anfangen und dass wir das Ganze erstmal so angehen, weil ich kann sie ja auch nicht einschätzen. Vielleicht spielen sie doch stärker als die Tabelle sagt, aber vielleicht eben auch nicht. Ich weiß nicht genau, wer da alles weggegangen ist, wer gekommen ist, wie die Mannschaft jetzt nach, ja, jetzt schon drei Jahren in dieser Karriere aussieht. Alter, wir machen die Karriere schon seit drei FIFA-Jahren. Wir sind jetzt in der dritten Saison. Da hat sich schon wahrscheinlich dann doch einiges verändert. Allein, wenn man sich schon unseren Kader mal anguckt, da ist auch einiges passiert. Beispielsweise mit hier Davy Selke. Aber ich freue mich. Drittes Europa-League-Spiel in Spanien beim FC Sevilla. Es regnet, okay. Und ich bin, wie gesagt, gespannt, wer bei Sevilla gekommen ist, wer gegangen ist und eben wie sich der FC Sevilla hier präsentieren wird. Bis jetzt lief es nicht ganz so gut für die Spanier, aber mal schauen, was sie so zeigen werden. Asur. Okay, Davy Selke macht gleich mal da weiter, wo er im Bayern-Spiel aufgehört hat. Und Kelifi. Kelifi hat das Auge für Demir Bay, Demir Bay mit der ersten Riesenmöglichkeit. Und dann wird Gnabry gelegt, aber der Schiedsrichter sieht das nicht als faul. Hätte ich vielleicht anders gesehen. Wird da meiner Meinung nach einfach umgerannt. Aber hier hatten wir schon die erste große Möglichkeit, in Führung zu gehen. Das sah schon richtig, richtig gut aus. So, Kijewski. Kijewski schickt Kelifi. Macht das stark. Kelifi. Und dann wird er gelegt. Ja, aber diesmal ist es wirklich kein Foul, gibt nur den Einwurf. Nuravski. Vielleicht können wir jetzt die nächste gute Möglichkeit injizieren. Robert Bauer, unser Linksverteidiger. Kor, Nuravski. Die kommen da aber jetzt gerade nicht so wirklich durch. Also es ergibt sich nicht wirklich die Lücke. Jetzt gibt es das Haul. Nun, Sonsi zieht das Haul. Ich glaube, es war ein Sonsi. Kassiert dafür auch die gelbe Karte. Ja. Es gibt ein Sonsi. Und jetzt gibt es einen Freistoß. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die schießen kann. Mit Demirbay. Demirbay. Der kommt an sich nicht schlecht. Aber Sergio Rico ist noch dran. So, es gibt den Eckball. Dann bringen wir einfach mal in die Mitte. Aber da ist nun Gnabry. Der kommt da natürlich nicht ran. Aber Demirbay passt weiterhin auf. Kann den Ball erstmal halten. Demirbay. Wo geht es hin? Da steht Robert Bauer, der sich gut durchsetzt. Aber dann ist die Sevilla-Abwehr da und kann hier erstmal wieder die nächste Möglichkeit für uns verhindern. Sonsi. Mich wundert aber jetzt, wo ich so den Kader, beziehungsweise die Startelf von Sevilla sehe, dass sie wirklich so schlecht in die Europa-League-Saison gestartet sind. Mit Benjeda, mit Munoz ist glaube ich auch von Anfang an dabei gewesen. Vazquez war glaube ich auch von Anfang an dabei. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber da ist schon ein ordentlicher Kader zusammengeblieben. Und von daher wundert mich das Ganze ein bisschen, während wir hier eine riesige gute Möglichkeit bekommen. Davy Seke. Und er macht das 0 zu 1. Demirbay mit einer guten Vorarbeit. Dann kann Sergio Rico das ganze Ding noch parieren. Wir gucken es uns hier nochmal an. Und dann ist Davy Seke wieder da. Erstes Saisontor für ihn glaube ich, ja. Und auch erstes Tor nach seiner siebenmonatigen Verletzungspause. Also hier vielleicht ein ganz, ganz wichtiges Tor für ihn. Und auch für uns. Damit führen wir nämlich in Sevilla. Und das können wir jetzt vielleicht sogar noch ausbauen. Aber dazu muss der Pass einfach ein bisschen besser kommen. Sonst hätte das auch wieder eine ganz gute Möglichkeit geben können. Bei Gnabry, der ist schnell. Boah. Kommt da nicht vorbei. Von Uplianca passt da nämlich auf. Und Sonsi. Bis hierhin ist Sevilla nicht allzu schlecht. Zwar bis jetzt zu keiner Chance gekommen, klar. Aber wir stehen wirklich ganz gut. Bafo mit einer Riesenabwehr. So, jetzt ist es Gnabry. Geh mir bei. Der gefällt mir heute richtig gut. Seke nimmt Kelifi mit Kelifi. Sucht die Anschpielstation. Findet sie am Ende in Kijewski. Der mit einem guten Laufweg da profitiert. Kelifi zurück auf dem hier bei. Dem hier bei. Und der mit dem 2 zu 0. Einfach mal volles Rohr aufs Tor von Sergio Rico. Nicht mal 30 Minuten sind jetzt vorbei. Wir führen hier 2 zu 0. Und Kelifi mit einer Riesenübersicht. Dem hier bei. Der wird dann auch nicht mehr richtig angegangen. Im Strafraum. Und zieht dann einfach ab. Und dann hat Sergio Rico keine Chance mehr. Und damit macht Keren Demir bei hier das 2 zu 0. Ich glaube, es ist sein erstes Europa League Tor. Für uns. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Von daher führen wir hier 2 zu 0. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Kono Prijanka. Robert Bauer ist dazwischen. Also bis hier zeigen wir eine fehlerlose Partie. Ich denke, das kann man so sagen. Hier und da hätte man das vielleicht noch ein bisschen besser zu Ende spielen können. Aber insgesamt können wir durchaus zufrieden sein. Bis jetzt keine Chance zugelassen. Da sage ich es. Und dann kommst du wieder das erste Mal fürs Tor. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Die sind nämlich nicht schlecht. Und sonst taucht das erste Mal vom Tor auf und macht hier gleich das 2 zu 1. Den Anschlusstreffer für die Spanier. Jetzt sind wir nämlich wieder gefordert. Nicht, dass wir uns hiervon jetzt aus dem Konzept bringen lassen. Dass wir genauso effektiv weiterspielen, wie wir es vor dem Gegentor gemacht haben. Und uns hier nicht von der Rolle bringen lassen. So, das ist Kijewski. Macht das richtig stark. Niko Kijewski. Kerem Demir bei. Demir bei. Aber Mikado ist dazwischen. Kann das Ding noch ablocken. Und so gibt es die Ecke. Den bringen wir einfach mal vorne auf Davy Seike. Aber da kommt er nicht wirklich ran. Das ist Cor, Dominic Cor, Dominic Cor. Aber ein bisschen zu zentral. Für Sergio Rico, der dann keine Probleme hat, ans Tor zu kommen. An den Ball zu kommen, nicht ans Tor zu kommen. Währenddessen kontert sie wieder schon wieder über Vitolo. Bekali ist mit dabei. Und macht das stark. Kann erstmal zum Einwurf klären. 43. Spielminute. 2 zu 1. Wir führen weiterhin. Das ist gut. Aber Sevilla fängt an zu drücken. Bafo wieder richtig stark. Aber bis hierhin haben wir uns eigentlich nicht viel vorzuwerfen. Weil 2 zu 1 vielleicht ein bisschen schlampig verteidigt. Das kann man vielleicht so sagen. Die Spanier ein bisschen unterschätzt in der Situation. Aber das haben sie wirklich richtig stark gemacht. Und so und sie dann mit dem Abschluss und Nyland hatte dann da keine Chance mehr. So, aber wir kommen wieder über Davy Zek über Salim Kelifi. Über Kelifi. Der macht das wieder gut. Demgebei, der sich gut dreht. Aber der Abschluss ist dann schwach. Und so steht es zur Pause. 2 zu 1. Es geht vollkommen in Ordnung. Nur eine Chance zugelassen. Das kann man uns, glaube ich, auf jeden Fall positiv anrechnen. Allerdings war das Ding dann auch direkt drin. Von daher gucken wir mal kurz nochmal auf die Statistiken. Insgesamt eine hochverdiente Führung. Ja, und dann schauen wir mal, wie es in Halbzeit 2 jetzt weitergeht. Mit dem Spiel Sevilla gegen Braunschweig in Sevilla in Spanien. Von daher hoffen wir, dass wir hier vielleicht jetzt gleich schon relativ früh die Entscheidung herbeiführen können. Und nicht noch irgendwie zittern müssen. Beziehungsweise wir müssen erstmal schauen, wie Sevilla überhaupt aus der Kabine kommt. Weil die haben ja gezeigt, dass sie es können. Von daher bin ich mal gespannt. So, Davy Zek macht das wieder stark. Sollte da Gnabry mitnehmen. Aber da gab es das kleine Missverständnis. Robert Bauer. Wir bauen wieder gut Druck auf dem hierbei. Ist jetzt einer der Besten auf dem Feld, würde ich sagen. Wird da gelegt, aber alles in Ordnung. Bleibt er jetzt liegen. Ich hoffe, er hat sich jetzt nicht irgendwie schwerer verletzt. Und Ravski. Wieder Demir bei mit einem guten Lauf. Wie Keren Demir bei. Die Verpflichtung aus Hoffenheim. Die sich bis jetzt wirklich bezahlt macht. Wirbelt immer wieder gut im Mittelfeld. Ein guter Ersatz für Shanita Raschei. So, Dominik Kor. Gnabry. Wieder Demir bei. Aber diesmal hat Silvia den Braten gerochen. Und konnte das mal diesmal besser verteidigen. Jetzt gibt es den Konter über Vasquez. Vasquez, was macht er? Da sind wir ein bisschen zu passiv. Wie Tolo. Und dann steht es auf einmal 2 zu 2. Dann steht es auf einmal 2 zu 2. Das ist total unverdient, muss man sagen. Und es ist auch enorm stark gespielt. Aber auch enorm schwach verteidigt. Da kommt vieles zusammen. Wir hatten in der Abwehr jetzt 2 Angriffe von Silvia. Die wirklich... Ja, 2 Angriffe von Silvia, wo wir einfach nicht da waren. Bis hierhin ist eigentlich eine super Partie. Super verteidigt. Auch wenn du gegen Silvia zu Hause nur 2 Chancen zulässt. Dann kannst du von einem guten Spiel sprechen. Aber... Wenn die beiden dann auch noch drin sind, dann ist das problematisch. So steht es hier 2 zu 2. Und jetzt sind wir wirklich gefordert. Und es gibt eine Auswechslung bei Silvia. Bin gespannt, wer da kommt. Sarabia sagt mir so jetzt nichts. Boah, eigentlich mit einer guten Idee. Aber Rami passt da jetzt auf. Und jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Weil Silvia hat jetzt zweimal gezeigt, dass sie da nicht viele Chancen brauchen. Beziehungsweise nur eine Chance brauchen, um hier ein Tor zu erzielen. Und wir waren einfach in beiden Situationen viel zu passiv. Genauso wie hier. Kijewski gegen Basur. Basur kommt da durch. Aber Niko Kijewski bleibt dran und hat ihn diesmal. Okay, Lifi. Gehen wir bei. Mit einem guten Auge wieder für Salim Kijewski, der jetzt mit hohem Tempo kommt. Kijewski. Kijewski hat das Auge für Koa. Kommt nicht durch der Ball. Und jetzt nochmal Davy Seike. Und jetzt ist der Ball im Tor. Ich dachte erst, er geht ans Außennetz. Aber Davy Seike mit dem Doppelpack. Ich weiß aber nicht. Könnte auch eventuell ein Eigentor gewesen sein. Hier sehen wir es nochmal. Da Kijewski mit einem richtig guten Schuss. Seike. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war es auch ein Eigentor. Ne. Es wird als Tor für Davy Seike gewertet. Da haben wir doch nochmal Glück gehabt. Der Ball von Kilifi schon richtig stark. Auch der Pass an sich. Eine richtig gute Idee. Nur Sevilla hat da aufgepasst. Aber am Ende war das so ein bisschen ein Tor des Willens. Wie man es so gern sagt. Eigentor. Kor wieder gut dazwischen. Geh mir bei. Aber ab und zu doch nochmal gewackelt hat. Dann würde ich sagen. Rigota kann ja auch auf links spielen. Von daher bringen wir den mal auf links. Und dann am Ende. Entweder noch Abdullahi oder Ox für Seike. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Wie sich das Spiel. Je nachdem wie sich das Spiel entwickelt. Ob wir dann vielleicht doch nochmal den Schritten defensiver gehen. Und vielleicht doch nochmal was im defensiven Mittelfeld machen. Aber das gefällt mir bis hierhin eigentlich ganz gut. So und sie. Gnabry eigentlich gut dazwischen. Kann den Ball aber nicht halten. Bauer mit dem Fehler. Aber den macht er sofort wieder gut. Ist direkt wieder dazwischen. Wieder Robert Bauer richtig richtig stark. Der Ball kommt rein. Aber Nüland. Diesmal hat er den Ball. Diesmal wirklich die erste Möglichkeit für Eugen Nüland. Wo er sich auszeichnen konnte. Wo er nicht chancenlos war. Wo er dann am Ende den Ball haben konnte. So. Fehler bei Sevilla. Seike kommt. Seike läuft. Seike hat Platz. Davy. Seike. Und jetzt ist er drin. Hettrick. Für Davy. Seike. Zum 4 zu 2. Die Rückkehr. Die sich wirklich auszahlt. Die sich bezahlt macht. Das wir ihn heute für Abdoulaye von Anfang an gebracht haben. Davy. Seike. Zahlt das Vertrauen zurück. Drei Tore. In einem Spiel. In einem Europa League Spiel. bei FC Sevilla. Bei FC Sevilla. Also 82. Minute. Von daher bin ich gerade am Schauen. Ich würde sagen wir bringen nochmal Abdoulahi. Für Seike. Das machen wir jetzt mal. Drei Tore. Oder wir gehen nochmal ins Mittelfeld. Weil ich sehe gerade da sieht es konditionell nicht ganz so gut aus. Aber wir bringen einfach Abdoulahi. Drei Tore. Und dann in der nächsten Partie werden wir dann nochmal Philipp Ochs die Chance geben sich hier auszuzeichnen. Und Apri kommt nicht ran. Jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit Ben Yedda. Aber Nyland mit einem richtig starken Reflex. Vitolo. Der Ball kommt rein. Abdoulahi dazwischen. Nuravski. Und das Tor ist leer. Sehe ich gerade. Aber ich werde es versuchen möglichst sicher zu machen. Dem hierbei. Und jetzt verspielen wir das Ganze noch. Weil dem hierbei den Ticken zu langsam ist und keiner mitgelaufen ist. Hätten wir vielleicht schon so ab der Mittellinie schießen sollen. Aber am Ende vertändeln wir das Ganze. Ist aber am Ende auch nicht dramatisch. Dann heißt es am Ende eben wahrscheinlich nur 4 zu 2. Es sei denn Sevilla macht hier noch was. Und die kommen nochmal. Die kommen gut. Wir stehen da ein bisschen zu offen. Mikado ist es. Korea eigentlich gut dazwischen. Dann gibt es das Missverständnis. Aber am Ende ist es egal. Wir gewinnen am Ende 4 zu 2. Hätten eigentlich mindestens 5 zu 2 wahrscheinlich gewinnen müssen. Da gab es doch die eine Chance. Ein oder andere Chance. Gerade jetzt am Ende. Die Chance an dem hierbei. Wo er sein zweites Tor hätte machen können. Aber Davy Seike mit einem riesen, riesen Spiel. Das kann man einfach nicht anders sagen. In seinem ersten Europa League Spiel. Richtig, richtig stark. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. 4 zu 2 gegen Sevilla. Zwischenzeitlich eine kleine Schwächephase. Aber Sevilla nur drei Chancen. Und daraus drei Tore kann man auch sagen. Das war stark. Aber insgesamt hat sich da doch die bessere Mannschaft durchgesetzt. Das kann man auch so festhalten. Das waren wir. Wir waren die deutlich bessere Mannschaft. Das zeigt die Statistik. Das zeigt das Spiel. Und so. Stehen wir weiterhin auf Platz 1. Aberdeen hat glaube ich auch seine Europa League Partie gegen Aberdeen gewonnen. So wie ich das gerade gesehen habe mit 1 zu 0. Und daher sollten wir trotzdem weiterhin auf Platz 1 der Europa League Tabelle H. War es glaube ich. Genau. H stehen. Punkt gleich mit Alkmaar. Ein Tor. Bessere Tordifferenz. Jetzt habe ich es zusammen gekriegt. Und Alkmaar hat noch kein Gegentor bekommen. Okay. Wir aber auch erst drei in drei Partien. Ist nicht perfekt. Aber in Ordnung. Und Sevilla steht da unten ganz abgeschlagen. Also nicht ganz abgeschlagen. Aber das Weiterkommen für die Spanier wird doch wirklich sehr sehr schwer. Aberdeen ist dagegen noch dran. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und für Sevilla entscheidet sich das Ganze. Wenn Alkmaar und wir die nächsten Spiele gewinnen. Ich weiß nicht genau gegen wen wir als nächstes spielen. Wir loben die Mannschaft mal. Gegen wen wir dann als nächstes in der Europa League ran müssen. Also wenn wir die zehn Punkte erreichen. Dann ist Sevilla raus. So viel kann man jetzt schon mal sagen. Und so. Das brauchen wir nicht. Und Winter bedankt sich. Das freut uns natürlich. Und als nächstes geht es gegen Mainz. Auch Europa League Teilnehmer. Und da werden wir auf jeden Fall ein bisschen rotieren müssen. Mainz steht auf Platz sechs. Aber die haben auch das andere Europa League. Also ihr Europa League Spiel in den Knochen. Gegen Monaco war es glaube ich. Eine Niederlage. Von daher bin ich mal gespannt. Wie die auftreten werden. Wir spielen zu Hause. Das ist vielleicht noch ein leichter Vorteil. Und so können wir dann vielleicht auch in der Bundesliga die Tabellenspitze verteidigen. Nach sieben Spielen mit 17 Punkten. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. In der Europa League stehen wir auch auf Platz eins. Und dann geht es bald auch schon in den DFB Pokal. Wo wir natürlich gegen Freiburg weiterkommen möchten. Freiburg übrigens zweitlich ist. Das wird mir jetzt gerade erst so bewusst. Wir können mal ganz kurz schauen wie die da stehen. Auch wenn das Spiel erst in der übernächsten Folge ist. Aber wir können ja schon mal schauen. Wo haben wir denn Deutschland? Da haben wir Deutschland. Freiburg 6. Okay. Eigentlich ein Pflichtprogramm für den Tabellenerst. Ersten der Fußball-Bundesliga gegen den Sechsten der Zweiten Fußball-Bundesliga zu gewinnen. Aber der Pokal hat wie gesagt seine eigenen Regeln. Von daher mal schauen. Erstmal ist sowieso das Bundesligaspiel der achte Spieltag gegen Mainz dran. Und dann mal schauen was im DFB Pokal geht. Von daher würde ich mich erstmal wieder verabschieden. Ich würde mich natürlich freuen wenn euch das Ganze heute wieder gefallen hat. Von daher bis zum nächsten Mal. Ciao.